Die Börsen erzielten in der letzten Woche wie erwartet erneut Rekorde und beflügelt wurden sie erneut durch den KI-Hype und dazu die Hoffnung, dass es im Juni dies und jenseits des Atlantiks zu Zinssenkungen kommen könnte. Ich bin da nicht nur skeptisch und ich will euch auch zeigen warum, sondern wir haben auch unsere spekulativen Depots entsprechend den kommenden Situationen angepasst. Ja, bevor wir aber richtig einsteigen, mein Name ist Falk Elzner von Trading Brothers, will ich heute für Sonntag, den 10. März mal schrittweise mit euch die verschiedenen Punkte einer Analyse durchgehen. Und uns interessiert ja nicht die Analyse an sich, sondern wir wollen unsere Vermögenspyramide in den Chancen und Risiken, den Gegebenheiten anpassen. Und ich habe es euch ja schon eingangs gesagt, in der Spitze der Pyramide bei den spekulativen Positionen sind wir in die Gewinnmitnahme hineingegangen. Das will ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Warum, das werden wir hier auch gleich klären. Das hat statistische, aber eben auch makroökonomische Gründe. Würde aus unserer Sicht sicherlich aber eher tendenziell zu einer Einstiegsgelegenheit führen. Auch das werden wir vorbereiten. Ja, und das werden wir jetzt schrittweise hier zusammen durchgehen. Ich habe zu diesem Anlass diese übergeordnete Tabelle hier zusammengestellt. Und die gilt jetzt für die kommenden Tage und ist untergliedert in den Weekly, also den Investorenblick. Da sehen wir für die Aktienmärkte weiterhin den Bull-Bull-Modus. Ja, warum? Natürlich müssen sich gewisse Trendtendenzen erst einmal in der Dynamik abkühlen. Und dann haben wir mittelfristig das Daily. Da geht es ein bisschen schneller. Da sehen wir ebenfalls noch den Bull-Modus in allen relevanten Aktienindizes. Aber der Kommentar dahinter, der zeigt schon an. Unsere Indikatoren zeigen hitzige, teilweise schon heiße und divergente Muster. Und das werden wir uns dann gleich in der Detailanalyse ganz genau anschauen. Darunter haben wir die Devisen, die Rohstoffe und die Anleihenmärkte. Das ist ja die Intermarket-Korrelation. Das Ganze spielt miteinander zusammen. Das seht ihr hier auf der rechten Seite, wie das mit dem Börsenzyklus übereinstimmt. Wenn ihr da Informationen braucht, findet ihr bei uns auf der Webseite jede Menge Videos und auch Texte zur Intermarket-Analyse. Statistisch steht dahinter Saisonalität. Saisonalität baut sich auf aus kausalen Zusammenhängen. Ist nichts anderes als ein Durchschnitt. Ich habe hier mal beispielsweise den Durchschnitt des DAX der letzten 43 Jahre eingeblendet. Und da sehen wir gewisse Schwünge. Und der DAX ist ja in einem Aufwärtstrend, deswegen berechnen wir den Trend mal raus. Damit ist das mathematisch ein bisschen anders dargestellt. Aber wir sehen eben die verschiedenen Schwünge etwas besser. Und wir befinden uns gerade im März. Und im März ist tendenziell mit einem Rücksetzer zu rechnen. Das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber statistische Rücksetzer oder auch hochs generell statistisch saisonale Muster sind ja nur Durchschnitte. Und dürfen nicht auf den Tag genau genommen werden, sondern müssen eben an der Situation flexibel jetzt im Moment beurteilt werden. Und wir werden uns gleich die Präsidentschaftswahlzyklen da in Amerika nochmal anschauen. Wir haben ja dieses Jahr ein Wahljahr. Da neigen diese saisonalen Tiefs zu verrutschen. Teilweise bis in den April, Mai, manchmal sogar in den Juni hinein. Wie gesagt, das werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Aber dieser saisonale Rücksetzer ist ein wichtiger Punkt. Den gibt es zweimal im Jahr, im März und im September. Und da machen wir unsere Seminare. Haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht, unser Seminar. Da haben wir die Gewinne für spekulative Positionen eingesackt. Und ich habe es hier euch nochmal dargestellt. Und hier sieht man auch schon, dass wir diesen Rücksetzer langfristig gesehen zur Einstieg in einen Trend, auch in den Wahljahren, neigt die Börse dazu, nach oben zu gehen, nutzen wollen. Das heißt, wir gucken uns die Börse jetzt in den nächsten, ich sag mal, zwei bis acht Wochen sehr genau an. Wir sind im Vorfeld in Deckung gegangen. Und wenn es eine Gelegenheit zum Einstieg gibt, dann werden wir die sofort nutzen. Ja, dass wir da nicht einfach nur drüber reden oder Analysen machen und das Ganze einfach nur so nebenbei beäugen, ist klar. Wir machen das mit realen Depots. Hier habe ich ja mal einen Screenshot von einem unserer spekulativen Depots reingenommen. Aber es gibt da noch viel, viel mehr. Wir machen das schon seit vielen Jahren. Ich habe euch jetzt hier, auch wenn ihr wollt, in unserem Channel bzw. in unserem Webinar-Bereich ein passendes Aufarbeitung unserer historischen spekulativen Depots eingepflegt. Da könnt ihr euch mal angucken, wie das Ganze abläuft. Da haben wir auch wieder Allzeithoch erreicht. Und das Ganze eben genauso umgesetzt, wie wir das gleich uns anschauen. Und wenn ihr wollt, jetzt am Montag, am 11.03. ab 18 Uhr, da wollen wir euch auf den neuesten Stand der Dinge. Und wer noch mit den Spekulationen nicht so vertraut ist, der kann ja in dieses Webinar mal reinschauen und sich anschauen, wie wir da vorgehen und wie wir Gewinnvorteile tatsächlich langfristig zu unserem Erfolg verknüpfen. Ja, steigen wir weiter ein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Zinsen sind ein wesentlicher Punkt. Und zunächst untermauerte Jerome Powell das Lockerungsszenario bei seiner Rede im US-Kongress. Wer ist Jerome Powell? Das ist der Notenbankchef und der hat einen direkten Einfluss auf die amerikanischen Anleihenmärkte, beziehungsweise er steht denen vor. Und die Anleihenmärkte sind im Börsenzyklus ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, bei seiner Rede wurden die erwarteten Töne angeschlagen und er machte deutlich, dass die Fed keine Eile hat, sich den Risiken einer restriktiven Politik für die US-Wirtschaft zu schnell hinzugeben. Sie ist sich derer aber bewusst und das heißt nichts anderes als, man wird erst einmal alles so belassen, aber sollte tatsächlich ein Problem für die US-Märkte entstehen, hält man sich vor, auch reagieren zu können. Das, was ihr hier seht, sind in Rot die amerikanischen Zinsen, in Blau die europäischen Zinsen von der EZB. Und auf diese Worte wurde viel rein interpretiert, aber die Fed selbst macht ein Fed-Watch-Tool und berechnet über die Futures, wie das Ganze für die Zukunft zu erwarten ist. Und da hat sich gar nichts verändert. Beim nächsten Meeting, das wird jetzt hier im März, 20. März sein, rechnen die Märkte mit nach wie vor 96%, dass der Zins auf dem jetzigen Niveau belassen wird. Dass er gesenkt wird, nur 4%, das wäre eine riesige Überraschung. Und das kann man sich nur, also ich mir vorstellen, wenn tatsächlich im Hintergrund ein größeres Problem vorliegt, ein externes Ereignis, eine Bankenpleite oder irgendein ähnlicher Effekt, dann könnte sich Jerome Powell, das hat er sich vorgehalten, dementsprechend reagieren. Und ja, die Anleihenmärkte haben auch genau so reagiert. Das, was ihr hier seht, ist der Bund, der T-Bond Future, das sind die amerikanischen 30-jährigen Anleihenmärkte. Sie haben ihre Bodenbildung weiter ausgebaut. Ja, und das heißt nichts anderes als, der Markt spielt weiterhin eine Zinssenkung. Das ist das, was die Märkte beflügelt hat. Und ich habe mir jetzt auch die Volatilitäten für die US-Staatsanleihen angeschaut. Die beruhigen sich weiter. Also wir sind da an der Schwelle, raus aus dem Krisenszenario herauszugehen. Da sieht man im Hintergrund, Rumorte ist nicht nur gewaltig, aber man scheint diese Probleme derzeit noch im Griff zu haben. Und sollte diese Volatilität hier explodieren, dann ist sofort absolute Vorsicht angebracht. Dann sollte man auch auf die Worte, die er so angedeutet hat, hören. Dann wird wahrscheinlich reagiert werden, aber dann ist Stress an den Märkten vorprogrammiert. Und solange sich das weiter beruhigt, kann ich mir gut aus vorstellen, dass eben der jetzige Kurs fortgeführt wird. Wie das mit den Zinsen weitergeht, das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Ja, Jerome Powell ist auch auf die Daten, die US-Marktdaten, die Arbeitsmarktdaten eingegangen. Die sind unverändert weiterhin robust und spielen demnach denjenigen in die Karten, die eine mögliche Zinssenkung hier fordern. Aber etwas später auf seine Rede reagierte die EU-Notenbankchefin Christine Lagarde und hat ihre Wachstums- und auch ihre Inflationsprognose für Europa zurückgenommen, gesenkt. Und das Wachstum ist dementsprechend nicht gerade eine Stütze der europäischen Zone oder der europäischen hossierenden Aktienmärkte. Und auch hier rechnet der Markt wieder mit einer ersehnten Zinssenkung. Und weil das auch erwartet wird, sind Risikoanlagen weiterhin gefragt. Allerdings muss man genauer drauf schauen. Auch hier wurde sehr selektiv und gerade auch sehr Blutschip-lastig investiert. Und ich will euch jetzt an der Stelle mal so das Haar in der Suppe zeigen, warum ich glaube, dass Zinssenkungsfantasien tatsächlich auch nochmal von einem anderen Aspekt abhängig sein werden und auch die Europäer dementsprechend dem Kurs der Amerikaner nacheifern werden. Ich zeige euch jetzt mal meine Überlegungen. Werden die Zinsen künftig gesenkt gehalten oder sogar weiter gesteigert? Und zwar an den aktuellen Gegebenheiten. Dazu blende ich euch mal den SSE Shanghai Composite im Wochenchart ein. Und der war zuletzt im Crash-Muster. Und dieses Crash-Muster hat sich über Wochen, na eigentlich Monate, man kann fast schon sagen ein paar kürzere Jahre angedeutet und ist durchaus als Konkurrent der Amerikaner der chinesische Markt tatsächlich ein globaler Gegenplayer. Man hat durch die Zinsen in Amerika, die man gesteigert hat, Stress im System verursacht. Aber die sind ja nicht ganz hilflos. Sie haben gegenreagiert, haben massive Lockerungsmaßnahmen gemacht, haben aber ebenfalls Inflationsprobleme und können da nicht schalten und walten, wie sie wollen. Aber sie benutzen dasselbe Instrumentarium wie auch die westlichen Märkte. Und die erste Reaktion der Märkte auf das Crash-Szenario, das schon ausgelöst war, war eine Erholung. Und genau hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich persönlich glaube, da lohnt es sich einen weiteren, also regelmäßig drauf zu schauen. Denn ich wage, meine persönliche Meinung, eine Prognose, solange China sich so wehrt, wie sich das gerade tut und parallel dazu in Amerika, wie Jerome Paul es schon sagte, keine Katastrophe entsteht, kann ich mir vorstellen, dass der Zins in Amerika nicht nur hoch belassen wird, sondern möglicherweise sogar noch einen Punkt weiter steigen könnte, um den Druck zu verschärfen. Und ich kann mir vorstellen, das ist nicht der einzige Grund, ihr kennt das mit den Immobilien im Hintergrund, da kollabieren ja schon mehrere Punkte. Und der Aktienmarkt in China ist ja wohlweislich nicht der allererste Punkt, auf den die Amerikaner schauen, aber grundsätzlich, wie ich finde, ein interessanter Indikator. Ja, dann lasst uns diese verschiedenen Punkte mal verknüpfen und zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal als erstes die Statistik für die US-Wahljahre an. Hier seht ihr die sogenannten Election Years, auch eine Statistik. Wie ist der kommende Erwartungswert für die US-Märkte, wenn so eine Wahljahre da ist? Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Bevor wir aber da richtig einsteigen, will ich mit euch mal international die Märkte durchchecken, wo die eigentlich gerade stehen. Und wir beginnen in der USA mit dem S&P 500, das ist der Wochenchart. Und da sehen wir, dass seit dem Rücksetzer, und der war sehr, sehr intensiv, im letzten Jahr hier ein plötzliche Trendwende einsetzte. Und das ganze Fear of Missing Out nach oben geprügelt wurde, auf Allzeithoch. Und auch wir haben ja mit unseren spekulativen Positionen hier punkten können und unsere Gewinne einfahren können. Und wir neigen dazu, jetzt unsere Gewinne einzustreichen, auch generell in der Pyramide verteilt. Denn eine solche starke Bewegung wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn da auch mal eine Gegenreaktion drauf einsetzen würde. Wie sieht das in Deutschland aus? Der DAX hat eine ebenfalls starke Bewegung, ebenfalls auf Allzeithoch gemacht. Und auch der Nasdaq, also die Tech-Werte da drüben in Amerika, sind auf Allzeithoch ausgebrochen, wenn auch nicht ganz so intensiv wie der S&P 500. Also diese extreme Unterschiede. Wir werden uns in der Nasdaq-Analyse mal das Ratio zwischen dem S&P 500 und den Nasdaq-Werten genauer anschauen. Denn das ist tatsächlich auf Krisenniveau, auf Allzeithoch und zeigt eine interessante Entwicklung, die sich möglicherweise jetzt mit einem Rücksetzer etwas auflösen könnte. Und ja, diese etwas überhitzten Zustände, die wir hier haben, die haben wir zu Gewinnmitnahmen genutzt. Und wir haben jetzt vor, sollte es zu einem Rücksetzer kommen, entsprechend uns frisch und neu zu positionieren. Und wann dieser Rücksetzer kommt und wie intensiv der wird, das werden wir jetzt beobachten. Aber dass die Märkte weiter in den Himmel explodieren, ist auch aus rein Quartals technischer Sicht eher unwahrscheinlich. Die Berichtssaison neigt sich so langsam dem Ende zu und dann kann es eben auch zu diesen, ich sage mal, etwas normalisierenden Tendenzen kommen. Schauen wir uns mal die ein oder andere Branche an. Ich habe bewusst mal ein paar Turnaround-Kandidaten genommen. Das wären einmal die Banken. Banken entwickeln sich dann besonders positiv, wenn der Zins weiter steigt oder auf hohem Niveau belassen wird. Wir sehen einen Ausbruch im amerikanischen Bankenindex zur Oberseite. Dann habe ich euch mal die Utilities mit reingebracht. Das sind die Versorgerwerte. Auch die waren korrektiv unterwegs und haben jetzt aus ihrer Abwärtstrendtendenz einen Ausbruch zur Oberseite geschafft. Das sind tendenziell antizyklische Werte, die gekauft werden, wenn sich die Lage etwas eintrübt. Und zum Schluss habe ich euch aus Europa nochmal hier zum Überblick einen Basic Materials, den Basic Resources Index mit eingeblendet. Der hatte ebenfalls eine schöne positive Trendtendenz gezeigt, ist aber in den letzten Tagen massiv abverkauft geworden und ist unter ein gewisses Niveau drunter gefallen. Wenn der jetzt noch ein bisschen abfällt, wäre das ebenfalls ein starkes negatives Zeichen. Ihr merkt, bei der aller Trendfolge, die wir haben, sieht man schon erste Veränderungen und Umrotationen im Hintergrund. Und genau die will ich mit euch im Auge behalten. Das, was ihr seht, sind die kommenden, vielleicht die letzten, nicht ganz, aber das sind eben die auslaufende Quartalsberichtssaison. Und wie gesagt, am Montag werden wir das Ganze in einen Rahmen gießen, wie wir hier weiter verfahren wollen. Wie ist das? Wie ist das?